Was ist dein Kurs? Ich bin Susanne und ich habe den Kurs sehr genossen. Er hat mir sehr, sehr viel gebracht. Auf jeden Fall Jean hat ein unglaublich riesengrosses Wissen und man kann jegliche Fragen stellen. Er weiss eine Antwort darauf. Es hat mir eine Horizont-Erweiterung gegeben, von was sonst alles auch noch möglich ist, die ich noch gar nicht gekannt habe. Und es war auch super, dass wir so viel üben konnten. Das hat wirklich Sicherheit gegeben. Und ich freue mich riesig darauf, dass wir jetzt auch noch eine Gruppe haben, in der wir wieder Fragen stellen können. Ich habe mich super gut aufgehoben gefühlt. Es war eine lässige Gruppe. Und ich kann das wirklich nur weiter aus tiefem Herzen empfehlen.